Willkommen zurück zu Warhammer 40k Space Marine. Wir haben am letzten Mal Parox geschlachtet, mal wieder, wer hätt's gedacht in Warhammer. Und sind jetzt auf dem Weg zum Inquisitor Dorgan, Dorgan, Dovgan, ne das ist was anderes. Und ähm, ja. Ereignisse hinter diesen Mauern sorgen uns nicht. Arbeiten, konzentrieren, Quote erreichen. Erhöhte Produktivität bringt die Gunst des Maschinengottes. Ah ja, wir sind ja mitten in einer Titanmanufaktur. Ja, und natürlich für den Maschinengott einfach nur arbeiten. So, aktivieren wir mal den Fahrstuhl. Wir sind ja gerade erst runtergefahren, jetzt halt gleich wieder hoch. Finde den Fehler. Hätte man da nicht einfach nur Durchgang machen können und alles ist gut, nein. Da sieht's aus wie eine Tür. Oder eine Tresor, Tür oder wie auch immer. Da muss ich gar nicht halten. Achso. Manufakturium. Ayakis. Titan Invictus scheint unbeschädigt zu sein. Unbenutzt, meinen Sie wohl eher. Reicht diese Invasion nicht für den Einsatz der Titanen? Hunderte sind nötig, um einen Titanen zu bemannen, Sergeant. Ohne sie macht er nichts. Okay. In das Ding sollen hunderte von Menschen reinpassen, damit das Ding überhaupt läuft? Ich hab ja keine Ahnung davon. Hätte gedacht, dass halt irgendwie 10, 20 Leute vielleicht reichen. Aber damit liege ich wohl falsch. Ist also anders als ein AT-AT aus Star Wars. Okay. Inhalte werden gespeichert, bitte warten. Okay. So. So. Lack jetzt... Oh, was? Hier irgendwie so ein... Servo-Schädel? Ein einzelner Mensch. Identität bestätigt. Drogan. Ordo Xenos. In diesem Flügel des Manufakturums. Alien-Signale aus der gesamten Einrichtung. Und eine große Anzahl ist auf dem Weg zum Inquisitor. Einziger Inquisitor Drogan. Okay. Nochmal zurück ist nicht, aber ich glaub da lag auch nichts weiter. Okay. Was haben wir hier? Munition. Nehmen wir doch mal gerne mit. So. Und dann kommen bestimmt gleich wieder irgendwelche Tröpfzig Orks, wenn wir hier schon Munition kriegen. Wann mal gucken. Sektion 449 ist zu 100% unterbesetzt. Bitte korrigieren. Hm. 100% unterbesetzt. Das heißt, es ist niemand da. Okay. Verlassen Sie nicht Ihren Arbeitsplatz. Alles ist unter Kontrolle. Ach so. Ich finde aber auch schön. Wie selbst, ne? Also hier gerade an der Tür hing ja auch irgendwie, ne? Irgendwas drangebappt. Von wegen, ne? Irgendwelche, äh, äh, religiösen Texte. Hier halt auch nochmal irgendwelche Gebete und hast du nicht gesehen dran. Ich weiß nicht, was genau da halt alles dran klebt, ne? Aber es sind bestimmt irgendwie nette Details für Leute, die sich halt damit mehr auskennen. Ich glaube, ich werde mich damit niemals richtig auskennen. Dafür müsste ich halt die Bücher lesen, die ich halt alle, ähm, für die ich nicht mal die Zeit habe. So. Okay. Kann ich das auch abspielen? Oder nicht? Macht er nicht. Warum? Was ist da los? Spiel. Ähm. Audiolog. Schichtlog. Die Orks haben die Westbezirke erreicht. Das ist nah, Kaleb. Nicht, wenn alle planetaren Verteidigungen und die Skitari zwischen uns und ihnen stehen. Erst glaubst du nicht an eine Invasion und jetzt bist du überhaupt nicht besorgt. Lilith, durch einen Arbeitsunfall zu sterben ist wahrscheinlicher als durch einen Ork. Arbeiter, an ihre Plätze. Seien sie produktiv und fleißig. Klingt so ein bisschen wie DDR, ne? So. Alle füreinander arbeiten, quasi. Halber hier, ne? Und nochmal ein bisschen mehr so eine Diktatursteppe nochmal on top, ne? So von wegen so. Arbeiten. Arbeiten. Noch mehr Arbeiten. Alles für die Arbeit. Für den Maschinengott. Und, und, und. Okay. Okay. Bitte warten. Fahrstuhl fährt. Nicht, dass es von oben unterfällt. Hier so Fahrstuhl-Boss mäßig. Aber nein. So schlimm ist es nicht. Okay. Okay. Ich geh da mal. Guten Tag. Alles geht ab. Leandros. Können Sie damit unsere anderen Kräfte kontaktieren? Nicht direkt. Aber ich kann damit die Funkweite erhöhen. Tun Sie's. Zugriff autorisiert. Ultramarines-Orden. Schwererpläge in den Landkreis. Verbrechen des Länders. Hier, Captain. Ultramarines. Hier ist Captain Titus. Hören Sie mich? Captain. Hier ist Sergeant Midas. Trupp Solinus ist auf dem Boden. Unterwegs zu unserem Ziel. Neue Befehle, Midas. Wir sind bei Manufaktorum Ayakis und haben den Titan Invictus gefunden. Solinus soll Invictus sichern, während ich zu Prioritätsalarm wechsle. Unterwegs, Captain. Midas Ende. Okay. Dann mal weiter im Text hier. Noch eine Munition. Das sieht noch sehr viel Gegner aus. Oh, ich höre es auch schon. Zumindest die Musik ändert sich. Wenn die Musik sich ändert, ist das meiste ein Zeichen für... Hey, Action! Ich seh's immer nicht. Keiner da in Kanada. Hm. Ich glaub, das ist bestimmt irgendeine Falle oder sowas. Oh, ich seh sie noch nicht. Ich höre sie nur. Aber ich seh sie nicht. Da. Ah, okay, da kommt sie raus. Geh weg. Da sind auch welche drauf. Hallo, guten Tag. Warte nach. Bäh, falsche Taste zum Nachladen. So. Okay. Das war halt so abartig. Da hinten muss ich irgendwo hin. Dann düsen wir doch mal dahin, würde ich sagen, oder? Da komm ich ja sogar nicht lang. Also außer ich kann... Ah, okay. Da ist relativ wenig Gegner dafür, dass jetzt hier so eine dramatische Musik auch ist. Ein Audiolog. Übertragung an Großinquisitor Charme. Mein Lord, die Forschungseinrichtung ist dank der Techpriester vorzeitig einsatzbereit. Ich habe bereits damit begonnen, eine stabile Energiematrix zu erzeugen. Die Nutzung dieser unorthodoxen Energien scheint vielversprechender zu sein, als ich mir erträumt hätte. Okay. Immer Leute, die ihn nach irgendwelchen Technologien graben oder halt benutzen. Und da eigentlich deren... Verantwortung nicht bewusst sind. Mit großem Markt kommt große Verantwortung so an, weißt du? Ah, okay. Da ist doch bestimmt was drauf, oder? Da komm ich doch jetzt nicht einfach so rüber. Wups. Ich wollte einfach mal panisch rollen. Eine Panikrolle halt. Es ist nix drauf. Naja, ich bin jetzt drauf. Okay. Wenig Gegner. Viel Zeit zum Laufen. Inquisitor, Ordoxenos. Autorisierung wiederholen. Drogann. Sofort die Energiequelle vorbereiten. Einen Moment. Das ist der Inquisitor, ne? Alle Sicherheitsprotokolle übergehen und... ...deuglich sprechen. Autorisierung wiederholen. Inquisitor Drogann? Ich bin Drogann. Und Sie sind... Captain Titus von den Ultramarines. Wir haben Ihr Notsignal empfangen. Sie scheinen den Angriff abgewehrt zu haben. Ich bin sowohl Soldat als auch Wissenschaftler, Captain. Wie ist der Status des experimentellen Geräts? Die Energiequelle? Sie betreibt das ganze Manufakturung vom Generatorraum aus. Das Gerät ist eine Energiequelle, keine Waffe? Es ist ein komplexes Gerät und noch dazu instabil. Wenn die Orks es finden, werden sie es demontieren. Es könnte detonieren und damit den gesamten Planeten zerstören. Dann müssen wir es in Sicherheit bringen. Dafür, Captain, brauche ich Ihre Hilfe. Hier lang. Sie sind verwundet, Inquisitor. Ich bin Psioniker. Meine Psi-Kräfte kontrollieren die Blutung. Nun gut. Okay. Wenn der es sagt. Ich weiß ja nicht, ob ich ihm glauben soll. Aber er ist ein Inquisitor, ne? Das hat bestimmt was zu sagen. Sie nur Lebensformen entdeckt. Also Aliens. Schräg, schräg Orms. Spacemarine! Willst du meine Titanen-Clone? Meine Beute-Clone? Ich werde dir der Eingeweinde aus der Kehle reißen. Der Ork persönlich. Ich steck deinen Kopf auf den Spieß, Spacemarine! Na, das kann jetzt los nicht werden. Vanadi! Hey! Das Mist. Ups. So. Für eventuelle Heilung, die ich jetzt nicht brauche. Geh weg! Alter! So. Kommt doch bestimmt gleich der Dicke, oder? Bei meinem Glück bestimmt. Aber ich hebe mir meine Superpower noch auf. Für, wenn der Dicke kommt. Weg. Na, danach! Oh, da sind wir noch mehr! Granati! Spiel mal damit! Spiel auch mal damit! Wenn man schon mal so viele Granaten hat, ne? Alle mal verwenden. So, 10 daneben. Dankeschön. Zugfreundlich. So, da hinten ist auf jeden Fall Munition. Nehmen wir mal kurz mit. Also, ein bisschen was habe ich ja dann doch verbraucht. So. Und dann immer weiter. Immer weiter, weiter, weiter. Ups. Wow. Ein... Ein böses Geländer. Da muss man erstmal in Acht davor wegschreiten. So. Inhalte werden gespeichert. Bitte warten. Jetzt müssen wir damit leben. Da unten ist wieder ein neues Upgrade für uns. Das holen wir uns mal, oder? Ja. Safe Marine erkannt. Voller Zugriff gewehrt. Boltpistole gegen Plasmapistole austauschen. Plasmapistole freigeschaltet. Die MK3 Sunfury Plasmapistole feuert Bälle aus super heißem Plasma. Sie kann schnelle Schüsse oder einen starken aufgeladenen Schuss abgeben. Diese Waffe ersetzt dauerhaft ihre Boltpistole. Zum Schießen RT drücken und zum Aufladenschusses gedrückt halten. Okay. Da. So. Wir müssen zu diesem Aufzug. Hat halt das Schöne. Es verbraucht keine Munition, weil es quasi unendlich Munition hat. Da sag ich doch immer nicht nein. Vor allem, ne? Erstmal ausprobieren und so. Meine Boys wollen mich schön begrüßen. Deine Boys. Wie komisch. Möchte ich denn Schamanen, oder was? Noch mal! Schieß noch mal auf mich! Pack doch mal das Schild weg. Dankeschön. Bitte warten. Boah, das werden auch nicht weniger mit ihrem scheiß Schild, ne? So, ta, erwischt mit dem eigenen Schild, so muss es sein, so, ich drück mal hier irgendeinen Knopf, ne? Was hat es jetzt gemacht? Also, äh, ist ein weiterer Fahrstuhl für, wenn wir alle da sind. So, ein Fahrstuhl mit Sensoren, der weiß natürlich, wer zu mir gehört und wartet, bis alle da sind. Die mit zu mir, der Worn sind. Wie tief reicht diese Einrichtung? Das Manufaktoren? Sehr tief. Der ganze Generatorraum ist über einem Lüftungsschacht aufgehängt. Aufgehängt? Ja. Im Falle einer großen Überlastung kann der ganze Raum in die tiefen Fallen gelassen werden. Okay. Ne, hier ist es eisig, um den Generator dann zu kühlen, ja? Achso. Gar nicht, um den Generator zu kühlen. Guten Tag. Kann der da? So viele Stellen hier, die sie anbieten würden, dass da eben wer ist, ne? Aber, ist auch gutes Zeichen, dass hier keiner ist. Guten Tag. Captain Titus, rücken Sie zur Hauptkammer vor. Wir brauchen nur die Energiequelle aus dem Kern des Generators. Ich werde die Entkupplung jetzt einleiten. Verstanden. Okay. Hier nochmal extra, ne? Munition und Waffen hast du nicht gesehen. extra, damit ich mich hier vorbereiten kann auf eventuelle Kämpfe jetzt. Ah ja, 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 ja. Brüder, bewacht die Zugangspunkte. Ich habe die Entkupplungssequenz eingeleitet, Captain. Sie müssen die Kammer sichern, bis die Energiequelle frei liegt. Identität bestätigt. Drogan, Ordo Xenos. Okay. 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 Ich gehe schon rein. Ich bin drin. Wo sind sie denn? Da. Oh, der möchte ganz schön wahren, der da. Der ist auch noch da. Ja, der Warboss, nennen sie den. Alter. Jo, das sagst du jetzt einfach. Ach du Scheiße. Nein, 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 nein. Das tut doch weh, Mann. Oh Gott. So. Erstmal einen kleinen Mistviecher hier hochheilen. Und vielleicht nehmen wir eine andere Sache. Ich gehe hier. Nein. Oh, Mist. So. Ja, schrei doch mal nicht so. Was soll denn das? Ganz ehrlich. Ich kann so nicht arbeiten. Nein, ich habe es verloren. Oh, ich habe nicht schnell genug einen Knopf gedrückt. Ich war schlecht. Ich war einfach nur schlecht. Und das durchgehend. So. Auf mein neues. So. Vielleicht sollte ich hier mehr mit dem aufgeladenen reagieren. Ich habe die Entkupplungssequenz eingeleitet. Ja, dann Ogo. Sie müssen die Kammer sichern, bis die Energiequelle frei liegt. Aha. Identität bestätigt. Drogans. Ordo Xenos. Opfer Neues. Da. Der Primärschild ist offen, Käpt'n. Gehen Sie in die Zentralkammer. Ich bin doch schon da. Er hat so einen scheiß Schutzschild, ne? Ja, ja. Ja. Halten Sie die Grün heute, Firmkaptain. Die Energiequelle kommt gleich aus dem Generator. Ups. Soll ich draufhauen. Ja, so in etwa. Ich bin halt im Wässer. Nein, nicht den. Oh, du sollst dir so einen kleinen nehmen. Nimm so einen kleinen mal weg. Ich kann so nicht arbeiten. Das Ätzendste jetzt hier an dem Neu-Spawn ist halt dann quasi, dass halt erstmal diese Kammer hochfahren muss, ne?